Ich habe jedoch die Befürchtung, dass wir von diesem Gegner einfach nur gnadenlos komplett ins Nirvana geschickt werden und ganz, 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 ganz massiv überrannt werden, Freunde. Das ist so ein bisschen meine Angst hier. Wir machen das Ganze so, zack. Also bisher kriegen wir es, to be fair, oder was heißt bisher, ne? Wir haben halt bisher auch einfach nicht wirklich den, äh, wir haben bisher noch nicht wirklich den, äh, also die defensiven, also, ne? Ach, was, 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 was haben wir euch denn da, Mann? Halt deine Schlau zu mixpielen. So, ich wollte sagen, wir haben bisher noch nicht defensive Forderungen. Nein, ich wollte sagen, wir wurden defensivlich gefault. Was ist denn jetzt so schwer, Junge? Ich lasse mich auf sein Niveau hier ab, was ist das? Machen wir euch einmal in der Brücke, zack. Ja, sprachen der im Bubble auf jeden Fall.